hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde saustript es ist schon wieder eine woche rum wir sind runter auf 26 titel eigentlich müsste ich jetzt da oben so mal dass da oben also das weiß ja schon gott in die welt was da oben das ist aber jetzt so langsam könnte das doch mal darunter weil jedes mal wenn ich ein spiel rausziehe machte so und dann fällt das also rum naja gut wir hoffen auf das beste wir bräuchten die 26 dafür wir generieren die erste zufallszahl und es ist die 20 gut 26 25 24 23 22 21 20 soja rückwärts 10 funktionierte heute auch mal besser als beim letzten mal dann die nächste zahl ist die drüber 10 24 6 8 noch mal 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ein ps4 spiel und die letzte zahl gewinnt die 26 kommt 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 9 das wäre dann die gut dann muss jetzt wieder aufpassen dass da oben nichts umkippelt ja cool was haben wir denn heute im angebot einmal ps3 und zweimal ps4 das was schönes hier hätten wir den zweiten teil aus dem kleinen deal den ich mit dem guten vincent hatte für meine amerikanischen ps4 spiele ps super nintendo spiele organ trail complete edition ich würde sagen da das ein limited run spiel ist das das highlight des heutigen tages und kommt mal auf diese seite ein spiel das ich mir aus spanien mitgebracht habe zum jahreswechsel 2018 2019 sehr sehr geil ollie ollie epic combo edition zwei spiele in einem also das ollie ollie und zwei drauf da dachte ich dass sogar ursprünglich mal dass das bei uns gar nicht erschienen ist ich bin mir auch bis heute nicht ganz sicher ihr seht ihr hier alles schön in spanisch hatte ich habe ich ihm einen game laden gekauft so und damit fangen wir auch heute einfach mal an das ps3 spiel ist under night in birth und es ist ein exe doppelpunkt late was auch immer ich kann den rest hier unten oh gott nein bis ich das gelesen bekommen habe was hier unten noch so da oberhalb steht sogar tatsächlich noch ein bisschen was aber dass das nein das machen wir nicht wir packen lieber aus ja das ganze jetzt auch wieder aus einer gönn dir dienstag aktion ich habe mir gedacht hast du nicht nisa titel die haben alle nisa titel rausgeschmissen das ist irre nimmst du mit gesagt getan ist ein klassischer fighter moment puristische visual novel kombiniert mit exklusiver fighting action das ist ja mal lustig das muss ich auch noch nicht also visual novel lese ich jetzt gerade zum allerersten mal ich dachte tatsächlich dass das ein purer fighter ist aber gut dann haben wir wahrscheinlich visual novel visual novel fight und dann wieder visual novel visual novel so wir packen aus ja wir haben das gleiche cover auf der anleitung immerhin ist alle drin wie vorne auf dem cover die anleitung ist in schwarz weiß aber es ist auf jeden fall eine anleitung prolog die steuerung das kampfsystem mal erklärt verschiedene aktionen ja da das nenne ich mir doch tatsächlich mal booklet oder anleitung das kann man so machen die rückseite ist leider sehr sehr unspektakulär da hätte nie gern mal was machen können und die disk recht unspektakulär was soll man dazu sagen in schatten der hollow night begann die geschichte der in birth das ist ein schwieriges wort könnte interessant sein ob ich das in nähere zukunft spielen werde weiß ich nicht ps3 ist bei mir momentan leider ein bisschen schändlich vernachlässigt so das zweite im bunde ist oli 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 in der epic combo edition ja ich will das jetzt auspacken das ist irre schwer dieses ding also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen dass da keine dlcs oder sonst irgendwas direkt mir entgegenfallen so die folie weg badland games haben jetzt schon ein paar mal gesehen sind glaube ich sogar spanier wenn mich nicht alles täuscht ich muss das gerade ein bisschen auf screen ach du liebe nein es ist es tatsächlich nur so schwer weil da so eine mega fette anleitung drin ist la historia completa wir gucken mal in la historia komplette es ist eine bunte la historia es ist einer in spanisch gedruckte la historia also auf gut deutsch werde ich nicht lesen können la historia nein ist es in deutsch in englisch ich finde es schon ganz cool dass wir überhaupt so ein booklet dabei packen hier sieht man auch mal in game grafik also oli oli ist eigentlich nichts anderes als ein mobile game was es auf die ps4 und ich glaube sogar ps vita und ps3 geschafft hat ziemlich ziemlich cool so ein bisschen süchtig machende mechanik man muss eigentlich nicht mehr machen als einen knopf glaube ich drücken und das war es auch schon also das ganze ding das hat super bewertungen von euro gamer 9 bis 9 von 10 destructoid sagt mir was keine kann ich aber gar nicht einschätzen 9,5 von 10 und ja super also auch hier unten polygon gottese geek kenne ich nicht aber metacritic 8,6 ist auch echt gut und ja da freue ich mich drauf das ganze braucht sage und schreibe 1,3 gigabyte festplattenspeicher also das kann dann auch mal installiert bleiben das nimmt jetzt zumindest nicht so viel dass ich das nächste update für fallout 4 nicht ja und das letzte im bunde ist organ trail the complete edition organ trail ist glaube ich ein point and click adventure wir machen dann einfach mal auf komm was soll der geiz und wieder mal ein wunderbares limited run spiel unboxt live und in farbe und wir gucken mal ob das ganze schmucklos geraten ist oder ob das ganze schön geraten ist so hier seht ihr limited run nummer 120 in einer wundervollen pixel grafik ich bin gespannt so gucken wir da rein es ist ein booklet drin kein backprint für das cover und wieder nur ein kleiner flyer mit hinweis darauf dass du doch bitte die safety information lesen solltest in lay genauso bedruckt wie das cover hier sieht das ganze mal ein bisschen anders aus das ist doch ganz nett eigentlich aber viel mehr kann ich euch zu diesem spiel tatsächlich nicht sagen wir lesen einfach mal travel westward in a station wagon with four of your friends scavenging for supplies and feeding of the undead name your party after your friends and watch them die slowly okay put down infected party members who might turn on you okay global das ist doch kein point and click adventure packed full of zombie mechanics themes and references organ trail is a must have for any zombie survival fan okay ich bin gespannt ich bin wirklich gespannt also wäre es im punkt der klick gewesen hätte das noch ein bisschen im regal stehen bleiben können aber da ich jetzt weiß dass das scheinbar so ein survival game ist kann man das doch mal machen und dann auch im acht mit stil geil ich würde sagen ich packe das hier mal wieder standardmäßig fürs thumbnail weg sage euch einen schönen rest tag und verbleibe damit bis zur nächsten woche macht's gut tschüss hier 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 Vielen Dank.